Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Viele Energieversorger erhöhen in diesen Wochen die monatlichen Abschlagszahlungen ihrer Kunden. Nicht um drei oder fünf, nein, gleich um 30, 40 Prozent. Zum Teil sogar noch darüber hinaus. Egal ob Strom, Gas, Heizöl oder Fernwärme. Die Energiepreise gehen gerade durch die Decke und uns allen droht beim Blick auf die nächste Jahresnebenkostenabrechnung ein Schock. Laut Verbraucherportal Verivox stieg allein der Gaspreis im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent. Und als sei das noch nicht genug, prophezeien Experten bereits die nächste Teuerungswelle. So steigt in diesem Jahr die CO2-Abgabe für fossile Brennstoffe. Deswegen haben wir, Freien Wähler im Landtag, bereits zum Jahresbeginn Alarm geschlagen und klare Gegenmaßnahmen angemahnt. Wir wollen die Inflation bekämpfen, denn Lebensunterhaltungskosten und Energiepreise müssen bezahlbar bleiben. Konkret schlagen wir einen monatlichen Zuschuss für Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen vor. Der soll sich aus den milliardenschweren Einnahmen der staatlichen CO2-Bepreisung speisen und dieses Geld an die Bevölkerung zurückgeben. Außerdem wollen wir die Pendlerpauschale deutlich erhöhen. Schließlich ist der aktuelle Benzinpreis Gift für viele Arbeitnehmer, die in Flächenstadt Bayern weite Strecken ins Büro zurücklegen müssen. Zusätzlich wollen wir die Inflation durch eine Absenkung der Stromsteuer bekämpfen. Sie muss auf europarechtliche Mindestmaß zurückgeführt werden. Denn auch die deutsche Wirtschaft leidet unter hohen Kosten. Deshalb wollen wir die Einführung eines Industriestrompreises für den stromkostenintensiven Gewerbebereich durchsetzen. Die CO2-Bepreisung muss mit Augenmaß erfolgen und gerade jene Unternehmen besondere Ausnahmeregelungen ermöglichen, die im knallharten internationalen Wettbewerb stehen. Das alles hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger dem neuen Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister Robert Habeck mit auf den Weg gegeben, als er kürzlich in München zu Gast war. Und sieh da, inzwischen greift auch unser Koalitionspartner das Thema auf, etwa zur aktuellen Stunde am Dienstag im Plenum. Damit liefen die Kollegen der CSU bei unserem finanzpolitischen Sprecher Gerald Pittner und den Energieexperten Rainer Ludwig allerdings weit offene stehende Türen ein. Und ihr seht, die Bayern-Koalition zieht an einen Strang, wenn es darum geht, exorbitant steigende Preise wirksame gegenzutreten. Denn im Interesse von Bürgern und Unternehmen muss Energieversorger in Bayern nicht nur sicher, nachhaltig und klimafreundlich, sondern auch sozial verträglich und vor allem bezahlbar bleiben. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.